Erstmal Glückwunsch an die Fortuna und der Mube. Sie haben einfach diese eine Tür, die wir offen gelassen haben, genutzt, um das Tor zu machen. Wir haben die etwas größere Tür leider nicht genutzt. Wir sind natürlich sehr enttäuscht über das Ergebnis. Nicht zufrieden natürlich, was dabei rausgekommen ist. Unsere Leistung war, glaube ich, nicht ganz so schlecht, dass wir verlieren hätten müssen, aber sie waren auch nicht gut genug, um zu gewinnen. Wir waren in der entscheidenden Situation einfach zu kompliziert, vielleicht auch einfach nicht die richtige Entscheidung getroffen, was wir hätten müssen, um dann gefährlicher vor das Tor zu kommen. Ich glaube, es war heute das Spiel, mit dem wir am wenigsten Torchancen hatten in der ganzen Saison. Es gab immer wieder Situationen, wo wir hätten besser in die Box reinkommen können. Das haben wir nicht geschafft. Deswegen sind wir natürlich sehr, sehr enttäuscht und müssen das Ganze aufarbeiten. Das nächste Woche tun und dann nächsten Samstag wieder angreifen. Es ist alles eng. Es geht zur Sache und um Punkte zu holen in der Dritten Liga, musst du einfach viel dafür tun, viel arbeiten und das haben wir heute nicht genug gemacht. Deswegen ist die Fortuna verdient der Sieger. Danke.